Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Es ist Freitag, somit auch XRP-Tag. Wir schauen auf die News und den Charts. Bisschen vorweg, es gibt keine wirklichen News bei XRP, der Kurs ist gepumpt. Warum, wieso, weshalb, werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video ein bisschen genauer angucken. Bevor wir jedoch starten, Like natürlich da lassen, Abo, wer es noch nicht gemacht hat und gerne mal einen Kommentar mit eurer XRP-Prognose noch für dieses Jahr da lassen. Wirklich sinnvolle Prognosen, keine 1000 Dollar etc. Schreibt gerne mal eure Prognosen in die Kommentare rein, würde mich mal brennend interessieren, damit ich auch mal so ein kleines Gefühl habe, ob ihr momentan mehr Bullish seid oder doch noch mal ein bisschen bearish. Schreibt es unten rein auf jeden Fall. Ansonsten auch gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinkommen, wenn ihr Bock bekommt auf Updates, News und Signale. So, jetzt aber rein in die Analyse. Momentan traden wir bei 66 US-Dollar-Cent. Wir sind Bullish ausgebrochen, das war ja letzte Woche so ein bisschen unser Weg, sobald wir hier über diese Marke von 57 US-Dollar-Cent kommen, dass die Rally erst einmal fortgesetzt wird. Mein Ziel war ungefähr hier oben die 0,68. Die knapp 73 US-Dollar-Cent habe ich erst einmal nicht gesehen, hat sich der Kurs auch nicht ganz geholt. Das heißt, das Golden Pocket und ein höheres Hoch ist uns hier oben erst einmal verwehrt geblieben. Ist aber noch nicht schlimm. Wie gesagt, wir haben diesen Strukturbruch hier erst einmal schön gemeistert. Und vor allem, wenn wir jetzt mal hier die Linie ziehen und gestern den Dump, der innerhalb von Minuten, wir haben es im Kryptomarkt gesehen, komplett wurden hier sauviele Leute liquidiert. Innerhalb von Minuten ging es hier 11 Prozent knapp nach unten, haben wir diesen Retest hier nochmal vollzogen. Das heißt grundsätzlich, XRP absolut in bullischer Stellung derzeit. Natürlich, wie gesagt, das Golden Pocket wurde noch nicht erreicht. Das ist unser massiver Widerstand von unserem Hoch von diesem Jahr bei knapp 0,93 US-Dollar-Cent. Aber gut, momentan sieht es gar nicht so schlecht aus. Volumen auch nochmal ein bisschen nach oben hingestiegen. Also wir sind momentan derzeit auf jeden Fall in einem absoluten Aufwärtstrend. Wenn wir jetzt mal so in den 1-Stunden-Timeframe reingehen, mal ganz kurz gucken, wo liegt die Liquidität, sehen wir, okay, hier oben dieser kleine Wig hat schon noch ein bisschen Liquidität vorhanden. Das heißt grundsätzlich, wenn wir davon ausgehen, dass Bitcoin bzw. der ganze Kryptomarkt noch etwas Luft nach oben hin hat, jetzt heute oder übers Wochenende sind nochmal Kurse zwischen, ich sage jetzt mal 0,74 und 0,75 US-Dollar-Cent auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Wichtig wäre dann, wir dürfen nicht unter der Marke von 0,72 US-Dollar-Cent oder knapp unter diesem Hoch schließen, weil dann wäre das richtig, richtig bearish. Wir hätten eine bearish divergence, die uns dazu verleiten würde, doch nochmal einen größeren Abverkauf zu sehen. Sollten wir, und jetzt gehen wir mal ganz kurz auf den Daily-Time-Film, wie es hier nämlich aussieht, sollten wir es jedoch schaffen, hier am Golden Pocket oder im Golden Pocket zu schließen, am besten sogar ein Wiki-Close da drin, wäre das meiner Meinung nach sehr bullisch, weil ansonsten hätten wir hier nur die Liquidität von damals nochmal ein bisschen abgegrast, hätten einen bearishen Retest vollzogen in das Golden Pocket und haben hier immer noch, und wie gesagt, das ist immer nochmal der bearishste Variante, immer noch die Chance in Richtung 0,42 oder 0,40 US-Dollar-Cent zu gehen. Das ist weiterhin, und da bleibe ich auch erstmal noch dabei, die bearishste Variante, die ich mir derzeit vorstellen könnte. Das heißt nicht, dass das heute oder morgen kommt. Längerfristig sollte man solche Bereiche aber doch nochmal ein bisschen im Hinterkopf behalten, auch für mögliche Kaufzonen. Verkaufen, derzeit warte ich noch ein bisschen ab. Wir haben ja hier die meisten Positionen auf dem Weg nach unten hier bei diesem Dump noch einmal nachgekauft. Wir sind noch nicht ganz wieder 100% im Plus. Wenn wir natürlich noch die alten Käufe, nachdem wir damals nicht alles verkauft haben, sind wir locker wieder noch 100% im Plus. Aber ich warte hier noch mit weiteren Verkäufen. Erstmal gucken, wie stehen wir hier oben am Golden Pocket, also wie ist die Reaktion hier oben am Golden Pocket. Dann können wir theoretisch diesen ganzen Move, den wir jetzt hier über Wochen wieder mitgenommen haben, von 58%, zumindest mal Teilprofite von 10, 20% auf jeden Fall wieder nehmen. Dann hätten wir auch nochmal einen sehr, sehr guten Jahresabschluss, was XRP anbelangt. Kurzfristig, wie gesagt, das Ziel ist auf jeden Fall das Golden Pocket, weil, wie gesagt, hier oben die meiste Liquidität noch liegt. Das Einzige, was uns vorher jetzt noch einen kleinen Strich durch die Rechnung machen könnte, wäre hier dieser Bereich um die Marke von 67 US-Dollar. Das kleine Golden Pocket von dem Abverkauf von gestern, von diesem sehr, sehr schnellen Abverkauf, könnte dazu verleiten, dass wir hier nochmal so einen bearischen Retest kriegen und dann nochmal an die Marke von 0,63 US-Dollar hinkommen. Einfach um diesen längeren Docht, der sehr, sehr viel Liquidität bietet, noch einmal zu testen und dann erst das Golden Pocket in Angriff zu nehmen. Wir blicken nochmal ganz kurz auf die Vector Candles. Wie sieht es dort aus derzeit? Haben wir im 1-Stunden-Timeframe eigentlich sehr, sehr wenig. Natürlich diesen riesen Docht mit dieser roten Vector Candle. Die verleitet schon wirklich. Sollte der Markt wirklich nochmal korrigieren wollen, dass wir uns diesen Wig noch holen. Und ansonsten liegt hier derzeit, was Vector Candles hier im oberen Bereich anbelangt, sehr, sehr wenig, nur noch in dem Bereich der 70 US-Dollar sind. Das heißt, hier oben könnte sehr, sehr viel liquidiert werden, was uns wieder dazu bringen könnte, dass wir das Golden Pocket testen. Ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr ruhig. News-technisch, Chart-technisch ist es sehr, sehr ruhig. Wir haben einen schönen Anstieg gesehen, der, wie gesagt, den haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen, im Endeffekt schon vorprogrammiert war. Jetzt gilt es, wie gesagt, das Golden Pocket nach oben hin zu durchbrechen, um möglicherweise sogar nochmal die 90 US-Dollar-Cent bis Ende des Jahres zu sehen. Das wäre meine bullischste Prognose für Ende des Jahres, dass wir solche Kurse nochmal sehen. Dafür muss aber der gesamte Kryptomarkt nochmal ordentlich steigen, beziehungsweise zumindest konsolidieren bis Ende des Jahres. Das Jahr ist bald rum, eineinhalb Monate noch. Finde ich, ist eine humane Preisprognose für bis Ende des Jahres. Aber wie gesagt, schreibt gerne mal eure Preisprognosen unten in den Chart rein, in den Chat rein, in den Chat unten rein, in die Kommentarspalte, würde mich brennend interessieren. Ansonsten, wie gesagt, gibt es wenig zu erzählen. Das war es eigentlich, oder soll es schon wieder gewesen sein. Deswegen ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Hört euch auf jeden Fall die neueste Podcast-Folge an. Die geht heute auf Spotify und auf allen anderen Kanälen online. Gerne auch ein Like da lassen, ein Abo da lassen auf Spotify, Deezer etc. pp. Würden wir uns auf jeden Fall darüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche, beziehungsweise morgen dann wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.